Wie du wirklich brutalst einfach das FAQ Markup auf deiner Webseite einbauen kannst und damit die FAQ Boxen in den Serbs erscheinen, zeige ich dir in diesem Video. Okay, so brutal ist es dann zum Glück doch nicht, aber es ist sehr, sehr einfach. Mittels Google Tag Manager das FAQ Markup auf deiner Webseite einbauen und dann hoffen, dass es dann auch in den Serbs angezeigt wird. Das zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß dann. Mit dem Google Tag Manager kann man wirklich sehr, sehr einfach das FAQ Markup und noch sonstige Befehle easy einbauen, ganz, ganz viele Skripte einbauen. Und ja, das erspart einem natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Je nach CMS und Shop-System ist das oftmals nicht so leicht. Da wird dann kein JavaScript oder keine Skripte allgemein erlaubt und, und, und. Also es gibt da verschiedenste Herausforderungen, um sich diesen nicht stellen zu müssen, um möglichst viel Zeit und Kosten zu sparen, ist der Google Tag Manager wahnsinnig hilfreich. Da kann man euch da einfach die Skripte reinballern. Und natürlich auch das FAQ Markup. Die strukturierten Daten kann man hier wunderbar aussteuern lassen. Das ist sehr, sehr einfach. Und das möchte ich jetzt einfach mal zeigen. Hier ist mir als Beispiel einfach ein Blogartikel von meiner persönlichen Domain, fabianaula.de, ausgewählt. Und hier werden wir einfach auf diesem Blogartikel einfach das Markup erst mal erstellen. Dazu habe ich hier technicalseo.com aufgerufen. Diesen Generator werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. Habe einfach hier die Fragen aus dem Blogartikel rauskopiert, hier eingefügt. Und wichtig ist, dass man halt hier Content einbaut, der auch hier auf der Seite zu finden ist. Was manche falsch machen, ist, dass sie einfach extra ein FAQ erstellen und dass diese Informationen dann überhaupt gar nicht auf der URL zu finden sind und nur in diesem Markup drin stehen. Das spielt Google in der Regel dann nicht aus. Also deswegen sehr, sehr wichtig. Der Text, der Content muss auch der Webseite zu finden sein. Dann bekommt man hier das Skript ausgespielt, angezeigt. Das kann man sich einfach hier Paste und Copy machen. Das haben wir jetzt in der Zwischenablage gespeichert. Dann wollen wir erst mal ein Tag im Tag Manager hinzufügen, dass wir dort das Skript einbauen. Und dann erstellen wir einen Trigger, dass eben der Tag zu der URL nur ausgelöst wird und damit der Tag Manager weiß, wo er das überhaupt auslösen soll. Ganz, ganz wichtig. Bevor wir starten, ganz kurz. Ich gucke immer unter Variablen, ob hier unter Konfigurieren die wichtigsten Seiten, sage ich mal, die wichtigsten Variablen auch schon vorausgewählt sind. Wir brauchen jetzt hier unseren Fall Page Path. Der Rest ist erst mal egal. Page URL würde auch reichen. Dann klicken wir auf Tags. Dann klicken wir auf Neu und sagen jetzt einfach mal, das ist das FAQ Markup für SEA. So, das ist die SEA-Seite hier, was bedeutet Suchmaschinenwerbung. Wir klicken dann auf Tag konfigurieren, wählen benutzerdefiniertes HTML, paste und copy hier unser Skript rein mit den beiden Fragen und Antworten. Dann könnte ich theoretisch auf Speichern klicken. Ich klicke jetzt auch mal auf Speichern. Da meckert er nämlich. Er weiß nämlich nicht, wo er diesen Trigger hinzufügen soll. Also sprich, wo soll er das Tag überhaupt ausspielen? Dazu braucht er einen Trigger und dazu sagen wir ihm, hey, er soll es bitte auf einer Seite, auf einer bestimmten Seite ausspielen. Ich klicke jetzt hier einfach mal SEA, gehe ich als Namen ein. Dann klicke ich hier auf den Bleistift, sage Seitenaufrufe. Jetzt würde er auf allen Seiten das ausspielen. Das wollen wir natürlich nicht. Das FAQ soll nur auf dieser einen Seite, auf dieser einen URL aufgerufen werden. Dann sage ich einige Seitenaufrufe. Sage ich, also ich könnte Page Path, Page URL. Ich nehme jetzt mal Page Path und kopiere mir jetzt nur den letzten Pfad hier raus. Du kannst auch die komplette URL nehmen. Dann einfach Page URL auswählen. Ist gleich. Und ja, dann habe ich den Trigger mit Speichern hinzugefügt. Und dann kann ich das ganze Ding speichern. Und genau, dann habe ich es angelegt. Und dann kann ich sagen, hey, in Vorschau ansehen. Ich muss nämlich jetzt checken, ob das überhaupt genommen wurde oder nicht. Und genau, jetzt ist die Vorschau aktiviert. Ich gehe zurück auf den Blogartikel, drücke F5. Und das Tag wird gefeuert. Es werden jetzt hier zwei Tags gefeuert, weil ich das testweise, habe ich zwei Tags ausgewählt. Natürlich das Tag, was wir gerade eben ausgewählt haben, FAQ Markup sehr. Das wird gefeuert. Das bedeutet also, das FAQ Markup wird ausgespielt. Um es richtig zu machen, muss ich jetzt hier reingehen, das FAQ Markup hier eins löschen. Es soll natürlich nicht zwei Markups gefeuert werden, immer nur eins. Und genau, dann weiß ich, dass das FAQ Markup eingebaut wurde. Ganz, ganz wichtig, das vergessen viele Senden klicken. Also, Vorschau, nur weil es hier angezeigt wird, das bringt erstmal gar nichts. Dann wird es nicht ausgeliefert. Du kannst hier checken, ob es ausgespielt wird oder nicht. Aber du musst auf Senden klicken. Erst dann ist es aktiv. Und ja, das ist super wichtig. Das vergessen viele. Ich klicke jetzt mal gerade hier rein, weil ich will jetzt das hier mal löschen. Ich klicke hier mal auf Löschen, weil es soll natürlich nur ein FAQ Markup ausgespielt werden. So, es ist weg. Ich gehe nur mal auf Vorschau ansehen, klicke mal F5 hier. Und ja, es wird ein FAQ Markup ausgespielt. Und genau das wollen wir haben. Alles richtig, wir klicken auf Senden. Klicken auf Veröffentlichen. Genau, das wurde gelöscht, der Tag. Der wurde hinzugefügt mit dem Trigger. Alles richtig. Veröffentlichen. Wir können jetzt hier noch Namen eingeben, das überspringen wir jetzt aber mal. Das Warten hat bald ein Ende. Und ja, es ist da. Es ist da. Es wurde hinzugefügt. Wir haben es ja getestet gerade eben. Es wird eigentlich gefeuert. Und ja, da muss man halt ein bisschen warten. Ganz, ganz wichtig, bis solche FAQ Boxen angezeigt werden. Das kann halt auch ein paar Tage, auch manchmal ein paar Wochen sogar dauern. Das haben wir schon alles erlebt. In der Regel dauert es ein paar Tage. Um halt das zu beschleunigen, kann man in die Google Search Konsole gehen. Ich klicke jetzt einfach mal hier drauf, auf die URL-Leiste hier. Sagt, hey, diese URL möchte ich untersuchen. Klicke auf Indexierung beantragen. Sprich, dass Google die gerade Nummer neu, indexiert Nummer neu ausliest. Weil wir wollen natürlich, dass Google die neue Information, das neue FAQ Markup dann eben sieht. Und damit beschleunigen wir einfach die Indexierung der Webseite. Und Google erkennt das einfach sofort, dass hier ein FAQ Markup installiert wurde. Das kann dann manchmal 6 bis 12 Stunden dauern. Wir haben auch schon 24 Stunden erlebt. Aber das geht dadurch deutlich schneller. Und dann kann man einfach schauen, hey, wird das FAQ Markup übernommen oder nicht? Google hält sich natürlich das selbst vor, das FAQ Markup nicht auszuspielen. Das kann an ganz verschiedenen Faktoren abhängen. Du musst natürlich in den Top 10 sein, am besten in den Top 5 oder Top 3. Da wird es in der Regel dann tatsächlich ausgespielt, das FAQ Markup. Wie gesagt, hier ändert sich auch immer wieder einiges. Und wichtig ist, am besten keine Emojis in das FAQ einzubauen. Das ist sehr, sehr wichtig. Die werden aktuell nicht angezeigt von Google. Das ist so unsere Erfahrung. Kann natürlich sein, dass der eine oder andere damit noch durchkommt. Aber in der Regel würde ich hier Emojis weglassen. Das ist zu spammy. Was du machen kannst, ist, du kannst hier noch beim Generator, kannst du natürlich hier noch irgendwelche HTML-Codes einbauen. Link zu einem Kontaktformular, Link zum weiteren Artikel. Das ist sehr, sehr cool. Das kannst du auf jeden Fall noch machen. Und ja, es ist sehr, sehr einfach, um das FAQ Markup hier mit dem Tag Manager einzubauen. Empfehlen wir wirklich jedem, wenn es technisch nicht geht. Ich habe ein Video auch erstellt, wie man das in WordPress machen kann. Da gibt es natürlich unzählige Plugins. Braucht man theoretisch auch kein Plugin. Da gibt es nämlich eine Möglichkeit, bei vielen, vielen Templates, einen JavaScript-Code oder diesen Code hier einfach laden zu lassen, im Header für die URL einzeln aussteuern zu lassen. Wie gesagt, habe ich ein Video schon gemacht, werde ich auch in den Show Notes verlinken. Das ist auch sehr, sehr nice. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das war jetzt wirklich brutal. Das ist einfach, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann ab damit in den Kommentarbereich. Wir erstellen ja jeden Mittwoch, erstelle ich hier auf diesem Kanal ein neues Video zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Würde mich natürlich freuen, wenn du hier diesen Kanal abonnierst und natürlich auch ein Like für das Video da lässt. Wie gesagt, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann ab damit in den Kommentarbereich. Ich würde sagen, wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Hau rein. Ciao.